Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Willkommen im Gang Ich flicke auf dein Hollywood-Fame Ich wollte den Leuten nur eben erzählen, warum ich der Bestie bin und dann gehen Zu viele Kollegen auf Krise gesehen, zu viel Kokain auf die Bibel gelegt Zu viele Tabletten gefressen, zu viele der Ziele vergessen, zu viel überlebt Doch was soll ich machen? Ich pack meine Sachen, werf sie auf den Haufen und fackel sie ab Und lerne dann wieder zu laufen, von vorne renn rauf auf die Berge und schau in die Stadt Hier oben find ich meine innere Mitte, die hat mir mein Leben lang immer gefehlt Sie reden mir in mein Gewissen, doch ich bin der Protagonist in dem Film, den ich drehe Und wer bist du, dass du mir sagst? Ich hab nen Pakt mit Lucifer und gebe meine Seele ab Verkehr ich, doch warum bin ich dann noch arm? Warum wollen mir alle sagen, ich hab einen Schaden und bin nicht zu retten? Wer weiß, vielleicht haben sie ja vergessen, dass ich hier im Westen der Beste war immer bereit Doch sag mir nochmal, wer warst du nochmal? Was hast du gerissen, dass du mich belaberst? Du bist kein Lehrer, kein Lieder, kein Player, kein Führer und noch nicht mein Vater Bruder, verlagere dein Karma, denn das ist schon lang nicht mehr tragbar Irgendwann stehst du alleine da oben und keiner ist mehr für dich da, so wie damals Woah, ich weiß, ja, ja Ich bin gesund, weil ich einander nut Fuck this war Ich bin budge, meine Schßerdem, zumal ich über angefangen Die Kinder, ja, ja, ja Ich bin shoulders, wie einander du quilt Wer weiß, ja, ja, ja Wer könnt ihr einpersonerérience, ja, ja, ja Wer weiß, ja, ja, kl rein, ja, ja Wer? Ja, ja, ja Wer weiß, ja, ja, ja Ja, 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 lo seems zu ernst Und ich bin migann Ich bin Müller Lizken im Mund, um Körper. Ich geh meinen Weg, nur weil ich mich nicht mit jedem verstehe Ich kenn meine Identität, meine Sinne verstehen, den Film den ich drehe Schreibe den Part, hab Zeit parat und bleibe voll live bei der eigenen Art Beleidige nicht meine Reime, ich habe bei weitem Meister, als die meisten hier haben Und sag mir mal, warum warst du auf Mafia? Die Wurzeln meiner Mucke liegen tief im Herzen Afrikas Hier entsteht die Quelle meiner Liebe für den Grind, ich such den Frieden Deshalb hab ich mich entschieden, hier zu sein, ich habe geliebt Ich habe so viele der Kriege gesehen, ich hab meine Ziele verloren Doch wurde dann wieder geboren als einer von zehn Deswegen bin ich immer noch in dem Game und du hast nichts mit dem Game zu tun Lass bitte mein Game in Ruhe, ich habe gepaid für du Yeah, 18 Jahre Rap, Alter, willkommen im Westen Wie lang mach ich den Scheiß schon? Hä? Mittlerweile bin ich 30 Ich hab keinen Cent damit verdient, aber ich mach's von Herzen Ich bin 300 Ich bin 300 Ich bin 300 Ich bin 200 Und mich Ich bin 100 Ja, 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 ja Ich bin immer So, was geht ab, Alter? Was geht? Mein Name ist Jigs. Erstmal vielen Dank an alle, die das Video gecheckt haben. Ja, ja, Single Yet Out Now auf jedem fucking Streaming-Portal, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music. Checkt ab, Alter. Auf jeden Fall ab jetzt, jeden Freitag, neuer Stuff von mir und meinem Bro. Mein Name ist Rico. Ihr kennt ihn von iTunes auf jeden Fall. Wir haben ein neues Format für euch am Start. Das heißt Kill or Drill. Um was geht's da, Bruder? Bruder, ich würde sagen, wir bewerten jeden Freitag die freshesten und nicht ganz so freshen Deutschrap-Singles, die so rauskommen. Hier in diesem etwas zu niedrigen Keller. Definitiv. Das heißt, ihr könnt euch Rap-Update sparen. Ihr braucht nicht mehr gucken, oh, wer released, wer macht das. Das machen wir für euch. Und wir bewerten die ganz neutral. Also ohne irgendwie eine Wertung abzugeben. Checken ab, was dope ist und was nicht dope ist. Und wer dope ist, bekommt ein Drill. Und wer nicht dope ist, bekommt ein Kill. Und ihr könnt live dabei sein, jeden ganz verdammten Freitag. Wir hoffen auf euren Support. Checkt uns auf jeden Fall ab. Folgt uns auf Twitter, Instagram. Ihr findet uns schon. Jigs, Rico, GiriTV. Peace out, Alter. Tschüss und auf. Also, jetzt geht's. Vielen Dank.